Mike, hey, bist du da? Du bist ein bisschen müde? Nein, ich bin fit, ich bin fit. Du hast ein bisschen viel geschafft über den Sommer. Ein bisschen hardcore beerdigt, aber ich bin fit. Ja, eben genau, gut. Der beste Auto dreht im Sommer und wir haben das gespürt. Wir wollten einen Sketch drehen, aber es war schwierig. Können wir das vielleicht mal anschauen? Gut, alles bereit? Mike, okay? Ja. Okay. Action. Guten Abend miteinander, Hans-Beder. Heutiges Thema ... Sorry, Mike. Falsche Figur. Falsches Kostüm. Ah, ja. Okay? No. Action. Liebe Schweizerinnen und Schweizer. Mwahaha! Mike, vergiss es. Weisst du, was solltest du vielleicht mal Ferien machen?